einen wunderschönen guten morgen wünsche ich dir einen wunderschönen sonntagmorgen ich würde gerne mal noch mal hier mit diesem video alle unsere neuen mitglieder begrüßen ich glaube es sind diese woche insgesamt über 100 die genaue zahl nicht im griff aber ich habe gestern abend immer geguckt die genaue zahl nicht im blickfeld gestern abend haben glaube ich nur sechs gefehlt und dann sind wir 1700 so so schön dass du hier bist und ich denke die sechs teilnehmer die kommen heute noch dazu dass wir morgen früh um 8 uhr mit der moneyfreude challenge starten durchstarten können in eine moneyfreude woche oder so verschiedene dinge uns anschauen wo ich dir so einiges diese woche mit auf den weg gebe zum thema geld zum thema money aber ich würde dich jeder der hier auch schon länger dabei ist insbesondere die neuen die seit dieser woche erst dabei sind weil dazu einladen dich anzuerkennen dafür dass du einen aller allerersten schritt getan hast mit den wichtigsten hier in die gruppe zu kommen und ich inspirieren zu lassen und anleiten zu lassen um dir hier hilfe zu holen deinem seelenplan näher zu kommen ihn zu entdecken und ihn auch beginnen zu leben denn die anleitung das ist das wichtigste was du dir holen kannst wir schaffen das einfach nicht alleine ich habe es bisher auch nicht alleine geschafft und ohne hilfe denn dazu gehen wir ja auch irgendwo in die schule um lesen und schreiben zu lernen da lernen noch viele andere dinge schulsystem ist mal so ein separates thema aber das ist so selbstverständlich dass wir uns da hilfe holen selbst auch freilerner varianten und andere schulsysteme die es ja durchaus gibt es geht ja immer darum sich hilfe zu holen von anderen die es schon wissen selbst mir fällt gerade die chitinien schule ein die gibt es in deutschland noch nicht aber ich glaube in österreich ist eine schule aus meiner russland aber in österreich gibt es glaube ich schon abzweige davon da unterrichten quasi gleichaltrige gleichaltrige um es mal so auszudrücken also es gibt ja immer da geht es wirklich nur um die persönlichkeitsentwicklung da es gibt ja immer menschen sagt jetzt bewusst menschen ich möchte jetzt gar nicht so das begriff den begriff kinder nennen weil kinder sind wunderbare menschen die so eine tiefe weisheit in sich haben die wir alle ja auch in uns haben die nur so unterdrückt wurde und so gibt es junge menschen sagen wir es so die ein faible für irgendwas haben die sich für etwas total interessieren und sich da von ihren eltern oder wo auch immer von wem auch immer haben zeigen lassen erklären lassen wie etwas geht und dann ist das so ihr der faible und dann geben sie das an andere gleichaltrige kinder weiter das ist zum beispiel das konzept der chitinien schule also gleichaltrige quasi in etwa geben ihr wissen an gleichaltrige weiter und zwar nur an die die das zu dem thema dann einfach auch wissen wollen und das ist das andere thema von unserem schulsystem dass wir so viele dinge da lernen die wir gar nicht wissen wollen okay lassen wir das aber mit dem schulsystem worauf ich hinaus wollte ist sobald wir die schule verlassen vielleicht mal noch eine ausbildung gemacht haben oder studium gemacht haben hören wir auf zu lernen geschweige denn das klügste was wir da machen könnten wäre sich direkt schon einen mentor einen coach zu holen der dort ist wo man hin will dazu müssten wir natürlich in der schule oder irgendwo vom elternhaus erst mal mit in die wiege gelegt bekommen um es mal so auszudrücken wo wir denn überhaupt hin wollen also man müsste eigentlich mal über unsere ziele sprechen in unserem leben ein anderer ausdruck für den seelenplan zu entdecken aber das bringt uns ja niemand bei aber stell dir vor man hätte mit dir in der kinderstube darüber gesprochen hey was willst du denn eigentlich mal machen aus deinem leben wo willst du denn hin wie willst du denn später mal leben was willst du machen wie viel geld willst du denn in dein leben ziehen was möchtest möchtest du denn beruflich machen im sinne von dem ruf deiner seele folgen berufung ruf deiner seele folgen wie soll genau dein lifestyle ausschauen wo willst du leben wie willst du leben wie willst du dich fühlen und 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 was willst du dir von der welt anschauen willst du da überhaupt was von der welt anschauen und stell dir vor man hätte sich mit dir mit uns so in der kinderstube unterhalten uns eine solche anleitung gegeben und wenn wir dann selbst unser klassisches schulsystem verlassen haben hätten wir einen mentor an unserer seite bekommen eine mentorin ein coach wie auch immer du die nennen möchtest die dort ist wo genau du hin willst du hast schon eine klare vorgabe wie schnell wärst du auf deinem seelenweg auf deinem seelenplan ohne umschweife ohne leidliche erfahrungen zu machen und 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 ohne dich immer wieder im kreis zu drehen und vor allem ohne ausreden zu finden ich habe das video hier genau genannt ja auch einreden statt ausreden kleines wortspiel die ausreden die du findest warum etwas nicht geht egal was es ist ob dein seelenplan ist ob du sagst ich bin krank ich kann das jetzt nicht ich habe keine zeit mein mann ist dagegen ich habe kein geld oder was gibt es noch so an ausreden ja ich habe keine zeit ich muss morgen sowieso schon so früh aufstehen ich kann nicht noch früher aufstehen und mich um mein mindset kümmern also meine gedankenhygiene ich habe es mal gerade mundhygiene zu machen sprich zähne zu putzen und zu duschen aber für gedankenhygiene habe ich keine zeit und das sind alles ausreden mit anderen worten du redet es du redest es dir aus jetzt eine kleine wortschöpfung die mir heute morgen so in den sinn gekommen ist einreden wie wärs denn wenn du mal beginnst deine ausreden umzuwandeln in einreden hey stell dir das mal vor jedes mal wenn du heute denkst ich kann das nicht weil bla 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 also ausrede und du dann sagst ich kann das weil also so nach dem motto jetzt erst recht ich finde den weg wie es geht stell dir vor wie wäre das und wenn du das nicht nur heute machst sondern ab heute immer machst also ganz nach dem motto was ich mir auch mal eingeredet habe im wahrsten sinne des wortes geht nicht gibt es nicht kann ich nicht liegt tot daneben also geht nicht gibt es nicht und wenn mein kopf sagt das kann nicht funktionieren weil ich antworte meinem kopf dann jetzt erst recht heißt das spielchen fdw finde den weg sonst nichts finde den weg wie es geht und das ist der punkt warum ich jetzt gerade dort stehen wo ich stehe und das ist auch der grund dass ich nicht hier stehen bleiben möchte wo ich gerade stehe sondern ich ja auch weiterentwickeln möchte die nächsten fanden sprünge in meinem leben machen möchte das ganze leben ist entwicklung ein baum alles die natur alles wächst und gedeiht ein baum kommt ja auch mit auf die idee zu denken gut er hat das bewusstsein wird aber er hat ein anderes bewusstsein ich bin jetzt so groß schwer jetzt aufzuwachsen ein baum wächst einfach immer weiter und er macht sich auch keine gedanken über das thema er wächst einfach er tut einfach die ganze natur nur für menschen mit unserem köpfchen wir finden ausreden warum etwas nicht geht und deshalb kleine einladung an dich beginne ab heute mal deine ausreden in einreden zu wandeln nach dem motto jetzt erst recht ich habe hier einen kommentar hat die selena hallo selena wie schön in der natur habe ich auch gemacht als ich am land gewohnt habe ja das ist so der vorteil auf dem land zu leben wir sind ja jetzt mal noch eine woche hier nächste woche montag um sechs uhr sitzen wir im flieger geht es erstmal nach zypern und ich genieße gerade auch noch das schöne wetter hier mein mann ist schon vorgelaufen jeder von uns hat ja doch so sein eigenes tempo und deshalb bin ich hier nur ein kleines stück mal alleine unterwegs und dachte ich stehe doch mal online live um dich mal noch heute für den sonntag zu inspirieren also künftig nächster schritt einreden zu finden statt ausreden deine gedanken zu beobachten und jedes mal und das ist die erste zeit erschreckend wenn du merkst wurde überall ausreden hast und der sagt das geht nicht weil ich kann doch nicht weil und 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 wenn du das immer umwandelst in einreden jetzt erst recht ich kann es weil 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 fdw heißt das spiel finde den weg und dann wird der weg sich öffnen da draußen im äder im universum im all schicksal es schickt das all steht alles zur verfügung du brauchst es nur in dein leben zu ziehen nach dem gesetz der resonanz okay ich wünsche dir noch einen schönen tag ganz liebe und sonnige grüße ciao